Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Alien Isolation. Im letzten Part, da haben wir jetzt alles erfolgreich angeschaltet und jetzt müssen wir nur noch in die Mitte. Und das dreckige Mistvieh ist scheinbar noch nicht da. Und ich habe mich geirrt, denn es scheint tatsächlich da zu sein. Es ist nämlich ganz in der Nähe und ich finde das unheimlich scheiße. Okay, ich habe meinen Flammenwerfer. Okay. Es ist gar nicht so nah. Ich kann es probieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt blöd war. Ich verkrieche mich wieder. Da war noch irgendwas, was ich auswählen konnte. So. Ja, mach mal. Okay. Fuck, fuck, fuck. Kann ich jetzt? Ah, okay. Wo muss ich hin? Ha, 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 ha. Fuck, 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 fuck. Fuck. Fuck, es ist da, es ist da. Ich muss irgendwo runter. Doch man, ich will nicht. Es ist da auf jeden Fall. Und das macht mir Sorge. Wo zum Fick ist es hin? Es ist draußen, oder? Oh, fuck, es war unten. Nicht gucken. Sei ein braves Alien. Gott, verdammt. Ich muss da nur runter. Ich muss da nur runter. Ich hasse es, ne? Ich hasse es wie die Pest. Wo ist es? Nee, nee, nee. Geh da weg. Ich muss da doch hin. Geh da hin, wo ich herkam. Ich hab noch hier noch einen Flammenwerfer, aber ich möchte hier jetzt nicht überstrapazieren. Wie aggressiv es nach mir sucht. Yep, das Ding ist, glaube ich, ziemlich pisst. Bye. Geh runter. Geht's scheinbar nicht weiter. Hier sieht's schon besser aus. Nee. Tut's gar nicht. Hier ist nur... ... ein Alien. Äh, ein Alien, eine Leiche. Aber ich werde jetzt auch die Gelegenheit nutzen, etwas bauen. Hoch. So. So. Oh Gott, ich bin komplett nervös. Das ist voll schlimm. So, kann ich vielleicht noch irgendwas anderes bauen? Ich kann aber auf jeden Fall mal die Sachen hier noch einfügen. Füge ich da noch was ein. Füge ich hier und da noch was ein. Alter, ich bin komplett am Zittern. Hallo, Molotow. Da kann ich auch was einfügen. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Aber ich möchte es nicht machen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich bin ganz hart. Okay. Es geht weg, 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 weg. Wo muss ich denn überhaupt hin? Gott, ich bin vollkommen unter Stress. Du hast mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Gott. Wo zur Hölle ist es? Ich bin vollkommen unter Stress. Ich muss durch diese fucking Tür, die da vorne ist und ich glaube, ich bin dann da. Oh, da ist es. Ich hab's gesehen. Ja, ich weiß. Ich will's aber auch nicht aufschrecken. Das ist ein Lüftungsschacht. Ich trau mich nicht. Aus gutem Grund. Das Wies ist nämlich wieder da. Oh Gott, verdammt ey. Das ist so ein scheiß Spiel. Okay. Also Adrenalin verspürt man hier auf jeden Fall. Was ist das? Das ist echt ein scheiß Spiel. Es ist immer noch draußen. Mami. Verdammt. Es ist im Lüftungsschacht. Oh, es war im Lüftungsschacht. Was ist das für ein Mistvieh, Mann? Das soll gehen. Ich sehe es nicht. Wenn ich kurz Zeit hätte, um es wegzuscheuchen. Ich glaube, ich gehe jetzt mit dem Flammenwerfer absprühen. Oder auch nicht. Boah, ich muss genau hinhören. Es ist weg. Es ist wieder da. Boah, meine Hände sind arschkalt. Das ist immer, wenn ich nervös bin, dann fange ich an, an meinen Händen zu frieren. Und das ist gerade der Fall. Das Vieh setzt mich nämlich extremst unter Druck. Verdammte Scheiße. Ich komme nicht voran. ếtいて. Oh. Oh, oh. Oh. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich bin draußen. Oh mein Gott, geschafft. Oh mein Herz. Oh Gott, Hilfe. Boah, das ist echt, also, also für mich war das jetzt schon echt krasses Stück. Also zurück fahr ich garantiert nicht, ihr könnt mich mal. Das nehm ich mit. In der Hoffnung, dass das Vieh jetzt nicht... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Speichern, 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 speichern. Oh Gott, Hilfe. Schön. Es ist wunderschön. Ich hab gespeichert und ich lebe doch, so wie sie anhört, nicht mehr lange, aber... So, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen und entweder folgt jetzt die vorgelesenen Tagebucheinträge oder das Ganze war schon vor dem Part. Wer jetzt keine Lust hat, kann abschalten. Wem es noch interessiert mit den Tagebucheinträgen, gerne zuhören. Beschwert euch bitte nicht über meine schlechte Lesekunst, denn ich war sehr nervös zu dem Zeitpunkt, das war nämlich nach der ersten Aufnahme. Ja, jetzt bin ich wieder unter Stress, aber ist ja auch egal. Morgen geht's... Nee, nicht morgen, übermorgen geht's weiter. Voll toll. Bis zum nächsten Mal, euch noch einen schönen Tag und tschüss. Hallo Leute und willkommen hier zu einem kleinen Bonus-Part von Alien Isolation, in dem ich die paar Texte, die wir hier haben, vorlese. Ja, ähm, ich fange jetzt bei 67 an und wir haben... Ich mach das eben mit der Maus. Ähm, wir haben... 88, so wie es aussieht. Ich mach das eben mit dem Controller, das ist ja total bescheuert. Ja, wir haben scheinbar 88 und ich fange jetzt bei 67 an. So, Transitneustart. Hören Sie mal, Sie Spinner, glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktivierten Transiten vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt! Okay, das nächste ist Hintergangen. Äh, eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal daran. Äh, denk nicht mal dran. Dich Sinclair und den siegsten Leuten anzuschließen. Ich habe dein, äh, ich habe denen gesagt, dass du Morrison, was steht da? Mor- Morrison, tatsächlich, das ist ein Name, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in den Versteck, äh, hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Ja, und meine, ähm, Lesekunst ist auch nicht vorhanden. Okay, da können wir jetzt reinhören. Leute, Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Das ist extrem leise, fällt mir gerade auf. Aber das nächste lesen wir dann eben auch. Erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitaturm ausgelöst. Äh, ich höre Berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden sie einen Weg, den Transiten zum S... Was? Ximt? Ximt? Ximt-Turm? Ximt-Turm? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Zum Ximt-Turm hoffentlich sind die... Achso, da war ein Punkt. Hm, hoffentlich sind die Sensoren in der Rezession der Krankenstation noch online. Jo. Was zur Hölle ist das? Haftnotizen. 13.11.21.37 Zelle 2 Malo Henry Verbrecher Hashtag minus minus Klammer minus 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 Ach, Verbrechen steht da nicht, Verbrecher. Status Unbefristete Inhaftierung Hilfe 18.11.21.37 Zelle 1 Tanaka Mike Verbrechen 342 Trunkenheit Status Ausnüchterung in Zelle über Nacht Mit Verwarnung Entlassen 2.12.21.37 Zelle 3 Webster Robert Verbrechen 343 Häuslicher Zwischenfall Häuslicher Zwischenfall Entlass wegen stationsweitem Sicherheitsverstoß Ach, Entlassen Willigen Okay So, da haben wir was verpasst Sinnlose Anfragen Von Chief Geht's noch weiter? Nein, okay Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sebastopol reif für die Schrotthalde ist Oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Elson Elison Ach, Elison In der Sixten Buchhaltung erhalten Kann der Händ Was? Ach, kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt Wird sie sofort zurückgeschickt Wir sind dabei, die Station auseinanderzunehmen Nicht sie zusammenzuflicken Händetrockner Ich dachte mir so, hä, was? Hand, Hand, was? Vor allem, ich habe es versucht auf Englisch durchzulesen Obwohl da ein Ä steht Ja, das muss man auch mal schaffen So, okay Hardware-Probleme Server-Anfrage Rev SR6684 Kategorie Hardware-Probleme Titel Keine Nachrichten empfangen Details Ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station Die bereits eingetroffen sein sollte Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche Aber diesmal sind es gar keine Kann jemand, was? Doch Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Was? Einnahmeverluste leisten So Datum 9.11.37 Nutzer Martin Patterson Notiz Ingenieur am Ach, Notizen Ingenieur am 25.11.37 Ausgesandt Ausrüstung scheinbar funktionsfähig Siegsten Komms Ja, Komms Bescheid gegeben Prüfe, ob eventuell etwas durch Apollos Netz gegangen ist Okay Warte mal, habe ich das da? Nee, okay, das war alles Ein Vorposten des Fortschritts 4. Von Julia Jones Eine ungewisse Zukunft Siegsten versucht, seine Verluste zu minimieren Und hat Sevastopol aufgegeben Ein weiteres Zeichen für die Aus Was? Ausgabenkürzung Im ganzen Sektor An manchen Tagen hat man das Gefühl Als würde allein der Firmenstolz der Station Im Orbit um KG 348 halten Wenn man heute auf der Station lebt Wird einem schnell klar, dass Siegsten mit den eigenen Investionen Und den der Banken wie Geofund Investor Wild spekuliert hat Für den durch Verdammt Für den durchdachten Aufbruch zur Kolonialisierung Ausgabenkürzung des Weltraums Die Anmaßung Und Überexpansion Mussten uns Was? Ach, mussten unsere Hilfe Unsere Zweitran Okay, nochmal von vorne Mussten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen Weiland Yutani Übersteht diese Umwelt Umwelts Verdammt, ich kann das Ach, ich hasse es Diese Umwelts Umwelzungen Umwelzungen Wo ist mein fucking Problem? Dank seiner enorm finanziellen und technologischen Stärke Seinen Gegner fallen dagegen zurück Was? Welland Yutani übersteht diese Umweltsungen Dank seiner enorm finanziellen und technologischen Stärke Seine Gegner fallen dagegen zurück Achso, okay, jetzt macht das natürlich auch Sinn Warte mal Finanziellen und technologischen Stärken wäre das da nicht? Egal Doch selbst die Firma hört Sturmglocken Was? Sturmglocken Sturmglocken Mhm Selbst die Firma hört Sturmglocken Beim Anblick dieser verfallenden Orbital-Außenpost Außenposten Mein Gott Ich hab's aber auch, ey Welland Yutani's anhaltenden Investionen in Terraforming Technologi- Techno- Technologien Mein Gott Nicht Englisch Deutsch Das ist Deutsch Erscheinen mehr und mehr als gerissener Schachzug Während in weiteren Ferner Äh In weiterer Ferne Immer mehr Lichter ausgehen So Krebs Hilfe Verschwunden Es hat sie geschnappt Und ich konnte nichts tun Erst hat's Duck zerrissen Dann hat es Liam halbiert Und wie eine Puppe beiseite geschmissen Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt Ich war im Schatten Es hat mich nicht gesehen Emma hat nach mir gerufen Hat um Hilfe gerufen Aber ich konnte mich nicht bewegen Ich hatte solche Angst Es hat sie geschnappt Aber ich werde sie finden Falls sie dies Falls sie dies lesen Bewaffnen sie sich Sind wir schon Plündern Eric Hören sie mich Eric Der verfluchte Funk Was Der verfluchte Funk ist schon wieder am spinnen So Hören sie mich Eric Lincoln Ach Lincoln 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 Keine Ahnung Hier Hören sie mich Ich hab's zum Tech-Support geschafft Ich habe ein paar Wasserkanister und Batterie-Packs mitgenommen Oh Und ein paar Werkzeuge Das meiste wurde bereits geplündert Ich werde versuchen in den Ach Tresorschrank Alter Ich hab das eher nicht erkannt Ich hab erstmal gedacht So T.A. Hä? Oh guck mal Da spielt jemand Was auch immer das ist Einzubrechen Ich glaube die bewahren da drinnen Sicherheitshacker auf Das ist das Was wir glaube ich haben Dieses Ding zum Hacken Können wir gut gebrauchen Aber ich werde nicht viel länger Hier unten bleiben Hier ist Ich weiß nicht Es ist einfach absolut unheimlich Hier unten Ich will zurück in die In den Frachtraum Rufen sie mich an Wenn sie diese Nachricht erhalten Okay Okay Sicherheitsregister An der Gruppe im Lager Ach An die Gruppe Ich hab nämlich erst Puppe gelesen Hilfe An die Gruppe im Lager Wir können keine Wache und Ach wir können keine Wache rund um die Uhr aufstellen Aber mit den freiwilligen Wachen und den bestehenden Sicherheitssystem Des Turmes ist alles wasserdicht Aber jetzt werden die Sicherheitsregister für niemanden geöffnet Und die Vorausbeschaffung läuft über mich Wir können das schaffen Leute Thompson Ja Das Lager Ich weiß nicht Wie lange ich das noch aushalte Es ist eng Dreckig Und der Müll fängt an zu vergammeln Ich weiß nicht mal Ob wir hier überhaupt sicher sind Letzte Woche sind Carter und Thompson Von ihrer Erkundungstour mit Waffen zurückgekommen Ich sehe ein paar Leute Ich sehe ein paar Leute hier Plötzlich in einem anderen Licht Vielleicht hat diese Frau Winters recht Herzuelles Frau Winters Aber ich glaube da fehlt mir ein bisschen was Um das herauszufinden Gehackt Franco Ich habe mir diese undichte Stelle Im Archiv angesehen Ich bin mir ziemlich sicher Dass es ein Hardwarefehler ist Die Areas Systeme sind zu alt Für die richtige Integrat Was doch Integration In komplexe Programme wie Apollo Ich habe noch etwas anderes entdeckt Es sieht aus Als hätte jemand in den letzten paar Paar 10 Ach ne Wo lese ich da 10 In den letzten paar Jahren Auf persönliche Nachrichten und Kameraaufzeichnungen zugegriffen Vorstand Vorstandestage Ach Vorstand Doch Vorstands Stopp was steht da Vorstandstage Keine Ahnung Vorstands Tage Es heißt jetzt Vorstandstage St. Cristobal St. Cristobal Sogar das Marshallbüro Wurde gehackt Ich bin gerade am überlegen Was das da oben heißen könnte St. Cristobal Vorstandstage Was auch immer Was das sein soll Ist wahrscheinlich Ein Bereich auf dem Schiff St. Cristobal Sogar das Marshallbüro Wurde gehackt Sagt ihnen der Name Ramson etwas Boah das hat jetzt aber Oh was zum Hören Yay nicht lesen Nicht mehr Krebs kriegen Von meinem Nicht vorhandenen Lesenskills Jus Ransom hier Ich habe ihre Anfrage erhalten Ja ich war in unserem Übertragungsrelay Archiv Und habe einige entschlüsselt Ich suche nach Crewlogs die vor einiger Zeit Über Sevastopol Geleitet wurden Ich verstehe Dass sie sich Sorgen machen Aber das ist alles Schnee von gestern Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen Ein Routine Datenübertragungspaket Aus der Randzone Von Tedus Bevor ein Schiff Die Heimreise antrat Nichts weiter besonderes Aber es muss ja Trotzdem niemand Sonst davon Bescheid wissen Oder nicht Wenn sie den Mund Aufmachen Wird das Konsequenzen haben Ich meine Es gibt vieles Das Marie nicht weiß Oder Lassen sie sie entschlüsseln Und geben sie mir Bescheid Wenn es erledigt ist Das muss nicht eskalieren Jupp Ordner Code Private Nachricht Code lautet 7789 Das war schnell Überschuss Ja Überschuss AW Wahrscheinlich An Stromversorgung Die Vertriebsabteilung Ist überflüssig Und wird demnächst Außer Betrieb Genommen Wir werden die Stromversorgung Doch Stromversorgung Des Bereiches Zeitlich anpassen Anpasst Zeitlich angepasst Reduzieren Da er für Bereits Da er für Betriebszwecke Bereits Betriebszwecke Gebraucht wird Bei Fragen wenden sie sich Bitte an ihren Vorgesetzten Mit freundlichen Grüßen G. Hunter Seaxons Finanzierung Mit Bedauern Teilen In Seaxon Teilt ihnen Seaxon mit Das Mit Bedauern Teilt ihnen Seaxon mit Dass Geminin Explained Solution Keine weitere Finanzierung Erhalten wird Seaxon trägt Keine Verantwortung Für die laufenden Verträge Von Geminin Person Personal Wieso Gebe ich mir auch Nur die Mühe Es Englisch Aussprechen zu wollen Wenn es eigentlich Nur ein deutsches Wort ist Bitte sprechen sie Mit ihrem Vorgesetzten Über die Stilllegung Der Anlage Und was diese Für sie bedeutet Wir möchten Ihnen an dieser Stelle Persönlich für die mit uns Zugreifen Hinterpacke Ich hoffe ich habe Jetzt nicht euch allzu Sehr vergrault mit dem Nicht vorhandenen Lesen Aber Ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Und ja Wie auch immer Was jetzt gleich Passiert Bye Bye